Also ich treibe für meine Sommerfigur, je nachdem Lust und Laume, ein bisschen Sport, aber sonst mache ich eher gar nichts. Ich stelle eigentlich nichts für meine Sommerfigur, ausser Sport machen, aber das mache ich auch sonst gerne. Jeden Frühling kommt wieder die Frage nach der Sommerfigur. Bei mir ist es so, nach mehreren zahlreichen misslungenen Versuchen habe ich es aufgegeben und nehme mich einfach, wie ich bin. Nein, mit pflanzlichen, natürlichen Präparaten habe ich es nie versucht. Übergewicht kann man nach verschiedenen Kriterien bestimmen. Eine davon ist BMI, was auch Body-Mass-Index, das ist wahrscheinlich die häufigste. Und dort spricht man ab einem BMI von 25 von Übergewicht und BMI von 30 ab von Adipositas, also Krankhaftesübergewicht. Aufgrund der Studien, die wir in der Schweiz haben, die sich auf Befragungen beschränken, das heisst, die Leute werden befragt, wie gross und wie schwer sie sind. Da können wir sagen, dass ungefähr die Hälfte aller Männer übergewichtig oder adipös sind, das heisst, einen BMI über 25 haben und bei den Frauen ist ungefähr ein Drittel betroffen. Im europäischen Vergleich steht die Schweiz eigentlich relativ gut da. Die Nahrungsmenge zu reduzieren ist sicher ein ganz wichtiger Faktor im Bereich der Diätetik bzw. der Gewichtsabnahme. Prinzipiell ist es sehr wichtig, auf die Zusammensetzung der Nahrung zu schauen. Wer im Verlauf des Tages immer wieder etwas Süßes isst, der bringt den Körper dazu, dass er Insulin produziert und ausschüttet. Und das führt dazu, dass eine ganze Reihe von Reaktionen ablaufen, die zum Beispiel dazu führen können, dass freie Radikale entstehen und dadurch die Zellalterung möglicherweise beschleunigen. So, über dem Darm gepeilt sagt man, dass etwa ein Drittel der Kalorien, die wir reinnehmen, aus Fetten bestehen sollen und dort hauptsächlich aus Ungesättigten, das heisst, aus mehrfach und einfach Ungesättigten. Ein bisschen aufpassen müsste man bei tierischen Fetten, das heisst, die sogenannten gesättigten Fetten, und bei frittierten, weil sich dort die Fette verändern können, in eine Richtung, die man nicht möchte. Es besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der Komplementärmedizin das Abnehmen zu unterstützen. Wir wissen aus den asiatischen Medizinalsystemen, dass es ganz wichtig ist, auf die individuelle Konstitution einzugehen. Und hierbei kann man auch ganz genau herausfinden, in welchem Bereich des Körpers das Ungleichgewicht liegt, mit der entsprechenden richtigen Nahrung auf dieses Ungleichgewicht einwirken, gleichzeitig auch Phytotherapie verabreichen, um diesen Prozess zu unterstützen. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass man mit Mariendestel sowohl den HbA1c-Wert, das ist der Langzeitblutzuckerwert, als auch einen positiven Einfluss auf eine Hypercholesterinämie nehmen kann. Welche Faktoren Übergewicht begünstigen, das ist immer noch relativ unklar. Klar ist, dass ein Kalorienüberschuss dazu führt, weil der Körper kann die Energie nicht vernichten, sondern muss sie irgendwie speichern. Die Frage ist, ob Bewegung wichtiger ist als Ernährung oder umgekehrt. Und in der Schweiz kann man annehmen, dass der Bewegungsmangel das Problem ist. Also man weiss, dass pro Woche drei Stunden Sport, also dreimal pro Woche eine Stunde Sport, schon ausreichend ist, um einen positiven Effekt auf das Fettgewebe, die Reduktion des Fettgewebes erzielen zu können. Das einzig Sinnvolle ist, wenn man sich überlegt, was kann ich im Lebensstil verändern und auch dauerhaft umsetzen, damit mein Körpergewicht nicht zunimmt oder auch konstant abnimmt. Und das ist auch nicht so wichtig, wie viel man umsetzt, sondern wichtig ist, dass man das wirklich das Leben lang dann auch machen kann.